Hallo und willkommen zu den News aus dem Oktober. Hanf wird immer begehrter. Hanf nimmt zu unserer Freude in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein. Und so kommt es, dass immer mehr Menschen und Firmen Produkte von und mit Cannabis kaufen bzw. anbieten. So verkauft jetzt zum Beispiel Ed Charon in seiner neuen Londoner Bar Bertie Blossom sein leckeres Bier, welches mit Cannabisöl gebraut wird. Auch der Biermogul Grumbacher hat in die Firma Demikan investiert. Oettinger vertreibt selbst auch Hanfbier und beim Handelsriesen Real kann man einige Hanfprodukte kaufen, unter anderem Salami und Hanfsamen und Hanflimonade. Ja, und viele andere Sachen auch in anderen Geschäften. Wie ihr seht, trauen sich immer mehr an namhaften Unternehmen an dieses Thema heran, was sicherlich ein gutes Zeichen in Richtung Legalisierung ist. Abermals Ratzien in bayerischen CBD-Shops. Mithilfe einer Hundertschaft der Polizei haben sich in Bayern mal wieder zehn gelangweite Staatsanwälte zum Ziel gesetzt, Jagd auf kleine CBD-Händler zu machen und deren Läden zu stürmen. Insgesamt zwölf Objekte von vier beschuldigten Ladenbesitzern wurden durchsucht, welche nach Ansicht der Staatsanwaltschaft München mit verbotenen Cannabidiol-Produkten handelten. Alle vier Beschuldigten wurden nach der Vernehmung wieder freigelassen. Die sichergestellten Waren werden nun im Labor untersucht, um vielleicht festzustellen, dass sie einen Grenzwert eventuell überschreiten. Wir finden es weiterhin grausam, was hier passiert. Bald aber sollte es erste Gerichtsurteile geben, welche hoffentlich Klarheit für Verbraucher und Händler bringen, was uns direkt zum nächsten Thema bringt. Braunschweiger-Hampfbar vor Gericht. Im Braunschweiger-Landgericht spielt sich eine Schmierenkomödie sondergleichen ab. Die beiden Inhaber der Hampfbar, Marcel und Badia, müssen sich in einer Justizposse verteidigen, die peinlicher nicht sein kann. Ein Denunziant, ein 34-jähriger Berliner, der selbst im Onlinehandel mit CBD-Produkten tätig war, wurde als Kronzoll geladen, weil dieser bei einer Online-Bewertung geschrieben hatte, hier werden CBD-Blüten verkauft, welche die gesetzlichen Bestimmungen nicht erfüllen. Anscheinend war diese Bewertung überhaupt erst ein Grund, warum die Staatsanwaltschaft tätig wurde und nicht vorher, wie fälschlich behauptet, Kinder hätten dort Cannabis gekauft. Nun behauptet auch noch ein Gutachter des LKA, man könne sieben Joints in zwei Stunden rauchen, um einen Rausch herbeizuführen, also von zum Beispiel Hanftee. Einem Zuschauer wurde bei der Einlasskontrolle sogar legales CBD-Öl abgenommen, welches jetzt im Labor untersucht wird. Also im Großen und Ganzen eine wirklich amüsante Sache, wenn es dabei nicht um Kopf und Kragen der beiden Inhaber gehen würde, die bereits ankündigten, sich notfalls durch alle Instanzen zu klagen. Ja, die neue Drogenbeauftragte Daniela Ludwig, anders als erwartet, wurde nicht Emmi Zöllner, sondern Daniela Ludwig, die neue Drogenbeauftragte der deutschen Bundesregierung. Und nach anfänglicher Skepsis zeichnet sich ab, als wolle Frau Ludwig wirklich, anders als ihre Vorgängerin Marlene Mortler, tatsächlich etwas ändern in Bezug auf Cannabis. Jedenfalls teilte sie ihre Dialogbereitschaft im DHV und anderen Partnern der Hanfbewegung mit. Auch möchte sie über den Tellerrand schauen, zum Beispiel mit Blick auf Portugal, die den Drogenkonsum entkriminalisiert haben. Wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob sie wirklich bereit ist, an der Drogenpolitik Deutschlands etwas zu verändern und vor allem, ob die CDU, CSU in Gänze auch mitspielt. Urteil in Düsseldorf. Medizinisches Cannabis am Steuer. Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat am Donnerstag entschieden, dass Autofahren unter Einfluss von medizinischem Cannabis erlaubt ist. Als bundesweit erstes Verwaltungsgericht haben die Düsseldorfer Richter dieses Urteil gefällt. Grund ist die Klage eines Mannes aus Dormhagen, der nach Fahrt unter Drogeneinfluss seinen Führerschein verloren hatte, weil er das Cannabis aus medizinischen Gründen konsumiert und wolle aber jetzt trotzdem seinen Führerschein haben. Die Richter entschieden, der Kläger muss seine neue Fahrerlaubnis bekommen. Das Gericht bestätigte die Ansicht der Verwaltung, dass der Konsum des Klägers und seiner Tauglichkeit zum Autofahren nicht voneinander zu trennen sei. Jedoch bestätigte das vorgelegte psychologische Gutachten, dass der 35-Jährige auch unter dem Einfluss von medizinischem Cannabis dazu in der Lage sei, Auto zu fahren. Ob Konsumenten von medizinischem Cannabis eine Fahrerlaubnis bekommen, sei grundsätzlich davon abhängig, ob die Einnahme unter ärztlicher Aufsicht geschehe und keine Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Patienten festzustellen sei, so das Gericht. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig oder benutzt sogar die öffentlichen Verkehrsmittel, gerade in Ländern wie zum Beispiel Österreich, wo dieses Thema noch nicht so eindeutig geklärt ist. Lasst eure Kommentare da. Bis zum nächsten Mal bei den Cannabis News. Auf Wiedersehen.